Herzlich Willkommen und Freude! Zurück zu Anime Class of New Corrises. Ich bin hier vielleicht dabei die komplette Idee aufgeräumt. Aber wir fangen heute... Achja, Gülle war aber gestern da. So, komm, was haben wir schon alles bekommen? Äh, Freiheitsstapie. Uh! Sehr toll für Gülle war. Ähm, außerdem... ... hatten wir... ... was Doppelses von Reiners Laden geschickt. Und ich hab vorgestern in Hessen jetzt hier vergefangen. Da war ich auch sehr, sehr stolz drauf, wirklich. Da war ich echt stolz drauf, da kann ich euch gleich den Clip eigentlich auch zeigen. Mach mal was. Hallo, hoi. Hoi, bitte mal da. Wie darf ich denn den? Hier, ich will etwas stiften. So, ich hätte hier einen Hercules-Käfer, die Berg-Zikade und ich hätte hier die Vertraut-Statue. Ja, cool, ne? Sehe ich auch so. Ich find's auch cool. Ich will jetzt mal ein Badezimmer zugemacht. Ich weiß, wie das nicht? Ich weiß nicht, wie das stinkt immer. Ich glaub, irgendwas ist hier noch falsch. Okay, dann gehen wir mal kurz hier gucken. Bei... ...em Museum. Ich werde Skulpturabteil in der Kunstabteil. Hier ist es. Vertrautsstatue. 5. August 2020. Der Denker. August de Rodin. 1902. Bronze. Skulptur aus Bronze. Erschaffen vom französischen Bildhauer Rodin, der als Vater der modernen Plastik gilt. Das weltberühmte Original, von dem mehr als 20 Abgeordnete angefertigt wurden, befindet sich in Frankreich. Die authentischen Nachbildungen können heute überall auf der ganzen Welt bewundert werden. Äh, schön. Sehr, sehr schön. Ich brauche so eine Statue. Einzig nicht. Okay, okay. So dann. Den Strand gehen wir gleich eh ab, wenn wir nach Fischen suchen. Aber ich brauche nur eine Angel. Oh nein, Schleck und Neck haben wir noch zu holen. Ich brauche nur eine. Dann gucken wir die. Oder? Aber ich bin schon schön, wenn die Öffnung. Die haben sie um 8 Uhr. Okay, okay. Ich bin eben hier. Ob ich vielleicht eine Angel habe. Ob ich eine Angel habe. Bestimmt habe ich eine Angel. Hier irgendwo. Ja, habe ich. Äh, du, 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 du. Okay. Äh, was brauchten wir vielleicht noch? Noch einen neuen Cashy. Und das war sie, glaube ich. Ja, ja, das war's. Okay, Leute. Gehen wir mal. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ähm, Album. Du, 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 wo ist das Video? Hier. Da ist er, Leute. Ich hatte echt Angst, dass er wieder abkaut. Deswegen. Ich stehe da erstmal so lange und warte, bis er. Ich wollte erstmal sein Bewege. Das gute Bewege schützen, ne? Bevor ich dann irgendwas mache. Und zack, da habe ich ihn. Sehr cool, ne? Ein herrkulästiger von meinem Kescher war wohl stärker. Ja, genau. Cool, Leute, ne? Und die Bergzikade, die war hier. Die war hier, da. Ich glaube ich. Nee, das war sie nicht da. Ich war einfach nicht da. Und, und, und. Zack. Sehr gut gemacht. Oho, ein Bergzikade, ihr Gesang klingt lustig. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann habe ich sie noch schnell das hier gezeigt. Du, 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 du. So, super. Super, du, ba. Genau. Das ist so passiert offscreen. Und jetzt. Vielleicht, ne. Was war das für eine 늑ene? Äh. Äh. WeichschildENkel. Ja, ne. Die brauchten natürlich ne. Äh. Auch. 16,9. 4-21 Fruch. Und dann NDR zu Tand. Okay. Ich kann mich für eigentlich. Ich hab' ich echt, obwohl ich nicht ne Weichschilden Friendsemel. Nein, die ist anders. Äh, die... Ja, geht erstmal vorbei. Und dann können wir wahrscheinlich wieder eine Krüger nach Erweißen das Baustell. Ich brauche sehr groß und sehr groß im Jahr. Du bist... Du bist nicht sehr groß. Jetzt könnte ich sehr groß sein. Nein, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe das Blumen geöffnet. Ich habe das Blumen gelangt hier, wenn die Blumenkoluss vor der倒asen können. Ich habe das Blumen gegen Spannende getötet, ich habe es noch nicht gekriegt. Ich kann jetzt nicht mehr auf da. Ich kann jetzt viel geöffnet. Ich kann jetzt noch wieder hervorherren. Ich habe die Blumen. Ich kann nicht mehr innen. Heute Abend ist hier Stern, denkst du? Äh, Stern, ne? Stern, schmücken, ne? So, jetzt hab ich's, ey. Kopfbaum, okay, cool. Oh, Leute, ich hab gestern, äh, hier... ...geist, genau. Oh Gott, der ist da. Der ist da. Äh, ähm... Warte mal hin. Ich weiß. Ich bin so... ...bescheuert. Oh, meine, du... Was? Äh, wir sehen, den Film. Also, den zweiten Film. Der hat mir jetzt doch... ...denn, den Film hat ja vorher schon nur ein Haus. Ich hab erst mal weg, warum ich hier weitergelebt habe. Ich hab mich hier im Platz hier... Ey, ich hab auch so in den Osten, die ich hier ein Krab weggemacht... ...ne? Die hier beim Film-Log statt. Und die, weil ich hier weitergelebt hab. Und die, weil ich hier weitergelebt hab. Und die, weil ich hier weitergelebt hab. Und die, weil ich hier... ...ne, so ein, äh... ...und die, weil ich hier nicht hab. So... ...die Geria, die ist nicht... ...die fehlt mir besser. Weil ich nicht die, die immer jetzt in Türen oder in der Tat... ...und wie sie hier... ...und wie sie hier... Für die Insekten hier brauche ich eigentlich nur die... ...die, die zur Höchstwerte sind ja hier drin. Und wie... ...die... ...die, die... ...abzieht dann oder wie... ...die, die... ...die... ...die... Die, die wohin... ...di- Die letzte Folge wäre der 100. Part gewesen, ne? Die habe ich ja ziemlich reingekommen. Obwohl die Feuerwerke, das war eigentlich ganz viel. 100 Tage, irgendwie noch so. Und die irgendwie immer schöner. So, Murene könnte auch ein bisschen was langes sein, oder? Alter. Ja, okay. Oh, dann tun wir einmal. Ja, eine Murene. Eine Murenen-Zähne. Und mir die Tränen. Ja, gut, dann haben wir eigentlich das Ziel für unsere Gefahr. Einmal Kühl. Besser als abends hier Insekten packen. Und... Ich möchte wirklich einiges als äußeres machen. Ich weiß nicht, ich habe hier... Äh, was ist das, oder? Oder auch in der Schrift? Vielleicht... Okay, ja. Vielleicht ist das schön. Ich kann weiter. So wie viel Sache. Und jetzt muss ich mal... Ich kann das heute... Ja, das darf ich nicht machen. So. lite должен, es nachher. Oh hey... Ich hab für meine Minsk. Nöu- Ich bin ein Lakes mal networks, zwei Stunden. Ja, ich bin ein paar Nicolas. Ich brauch hier mal jemanden. Komm, komm, komm. Ich hab' Männer in der Mitte. Jo, morgens. Ich bin jetzt ewig nicht mehr gesehen, Juro. Ich hab' auch meine Antiphasen. Dann verbarikadier' ich mich daheim und mach' mich dünne. Ich will nachvollziehen, wenn du mal keinen Bock auf Leute hast, freizureden wird nicht immer da. Ja, hier, ich hab' auch... Ja, es ist mir egal, ob ich hier bin. Okay, dann lasse ich mich los. Nee, dann kann ich nicht von deinem Schick sein. Ich hab' die Läden. Nee, das ist die schreckliche Frage. Jetzt kein Büschen. Ist der denn da drin? Nee. Jetzt ist der Torstein. Da ist aber so drin. So, hallo, hallo. Herrde, Erde an. Hennes? Hennes? Wund Hennes drin? Ich weiß es nicht. Ja, Hennes. Hennes... Ist das dein? Da. Fundsache. Dieses Ding hier... Nein, das gehört mir nicht, dass ich mal ohne Abgeart was in der Richtung, glaub' ich. Oh, ja, ja, ja. Okay, dankeschön, nein. Tschüss, Hennes. Der wollte gestern abhauen. Hab' ich aber gesagt. Nee, Hennes, du bleibst jetzt hier. Ja. Ein anderer soll bitte abhauen. Ich hab' die Musik hier. Und der ist vorstieg, glaub' ich, noch da oben, oder? Ja. Ja, das ist eins hier. Das ist doch okay. Können wir in dessen einen Schatz für den Stratzen im Ablauf folgen. Dann soll ich wieder nach der Muschel da suchen. Das schmeißel ich auch noch. Ich krieg' mal wieder paar Fragen, mal wieder beantworten. Okay, bitte, bitte, củiess, kia, ja BaşAM. Okay, bitte, bitte. Olivia, Olivia, Olivia. Hi, meine Ente. Flieg erst mal vorbei, schau sie hoch. Bleib ruhig, solange du möchtest. Kann ich mal sehen? Oh, das hat mein Tagebuch geführt. Ich hatte es mal kurz nirgendwo liegen lassen. Vielen Dank, du glaubst, Abby. Wie lange ich dich schon danach gesucht hatte? Das wird Ihnen deine Belohnung. Oh nein, schon wieder was zum Anziehen. Ein Kung-Fu-Herm, juhu. Das schränke ich Edde. Das habe ich dir bestimmt schon zweimal geschenkt, dieses scheiß Kung-Fu-Herm. Ich brauche einfach. Mann, 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 Mann. Okay, Leute, hier müssen wir jetzt einen jüngeren Rücken setzen. Jetzt mal, ich bin ein bisschen drüben. Ja, ich bin ein bisschen drüben. Und ich bin drüben. Ich bin drüben. Das heißt, ich weiß, ich weiß, es gibt nichts, oder es ist so, wie die Lotzen, Grasis, Fleckis, denn ich habe nicht mehr Lust. Und ich muss jetzt einfach verbauen. Ist das eigentlich von mir, oder was ist das? So, ich kann ihn einfach weiter bauen. Das ist so, wie ich mich tatsächlich sagen muss. Ich kann ihn einfach mal da. Ich bin einfach mal da. Ich habe gerade das schon gekämpft. So. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Was soll ich sagen, was das für heute ist? Das ist jetzt hier schon wieder ne Frage. Bitte, bitte. Das Füttchen bleibt nur schön für den Saal. Gehen wir mal da hin. Gucken wir mal hier. Der letzte Fisch noch mal hier. Das war's dann mit Animal Crossing für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Haut rein und tschau.